Sag mal was! Weißer, risch jetzt das Video. Da, 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 schwul! Moin! So, wir befinden uns auf dem Weg straight in die Stuttgarter Innenstadt. Zum Theater. Zum Englisch Theater Half Broke Horses. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß. Und jo! Tschüss! Da gehen wir jetzt hier ins Theater. So, liebe Zeife-Zuschauer, dieses Buch hier, also nicht das Buch, aber die Serie, ist sehr nice. Link dazu in der Beschreibung. So, liebe Zeife-Zuschauer. Zeife-Zuschauer. Habe ich mir hier gegönnt von Thomas Mann, der Tod in Venedig. Ihr müsst wissen, Marco ist ein Buchliebhaber. Ein sehr gutes Buch, kann ich euch nur empfehlen für 6,95 Euro. Link in der Beschreibung. Zur Zeit in der D-Mark noch circa 13. Also, man sieht, der Geldwandel ist enorm. Schauen wir mal, was die Zukunft mit sich bringt, ja. Guck mal, was fehlen wir da rein. Link zu einem Neidschuh in der Beschreibung. Heftig. Zuschauer, was ist das? Nein, geht's raus? Dann hier, wow. Link in der Beschreibung. So, liebe Zeife-Jungs, ich bin gerade auf dem Club Subway und hier ist nirgends ein Lichtschalter. Und deswegen muss ich jetzt meine Taschen abnehmen. Hier ist echt nirgends ein Lichtschalter. Es ist kein Lichtschalter hier. Naja, da hängen wir jetzt rein. Hallo Marco, du bist doch scheiß GoPro, ey. Link zu den Dovidos in der Beschreibung. Link zum Handy in der Beschreibung. Bestell dich, Lena. Link zu denen in der Beschreibung. Wehe, das kommt in dem Club. Was ich gerade erzählt habe, ist voll peinlich. Outfit of the day in der Beschreibung. Outfit of the day, ja. Oh ja, das sieht geil. Lass jetzt die Karte verschwinden. In 3, 2, 1. Ja, so kriegst du aber nicht mehr. Du musst schon so rein. 3, 2, 1, plus. Nein, scheiße. Ich werde echt weg. Was sag ich. Edelst Kette. Stark. Ja, okay. Sing zum Frühstück. Natürlich, für Paul. Paul, das ist Paul. Zeig mal was. Oh, jetzt hat er dich entdeckt. Hier steht zu gut. Oh, jetzt macht er ja auch die Kippe. Sag mal was. Du weißt, er lösch jetzt das Video. Du weißt es nicht. Hallo liebe Zuschauer. Wir sind hier gerade in einem Laden. Hier kannst du einfach die ganze Einrichtung kaufen. Hier Dekoschier kaufen. Kleiderschänder kaufen. Jetzt kannst du alles kaufen hier. Was ist das für ein Laden? Hier die Gon gesagt. 30 Euro. Das geht nicht. Voll geil. Hol doch einen Doppelständer. Halt es. Das war echt geil. Wieso? Das brauchst du halt nicht. Präsenter. 35 Euro. Am besten finde ich hier diese Babys. Für 20 Euro. Oder diese Kinder. Hallo liebe Zeifezuschauer. Zeifezuschauer. Könnt ihr mir erklären, wie man sowas tragen kann? Liebe Zeifezuschauer, die kostet dann noch 30 Euro statt 50. Aber ich weiß nicht. Die hat irgendwie jeder. Let's switch back to this. Und irgendwie nur Kanaken haben. Im Sale für 39,99. Alter, da kaufst dir einen Pulli für 6 Euro. Und machst dir selber Löcher rein. Aber sowas sieht doch scheiße aus. Mann, Mann, Mann. Und davon gibt es ganz viel. Ich zeige euch das mal. Hier. Hier. Guck mal. Da steckst du deinen Finger rein. Ziehst dran. Dann ist es schon kaputt. Kann ich gar nicht verstehen, warum sowas enthält. Und sowas hier. Mit so Schnürsenkel. Ich zeige mal wie es geht, Jungs. Mann, Mann, Mann. Hier. Einfach normalen Basic T-Shirt. Einfarbig. Normal. Das ist gut. Fremdipizza. Ich hätte fest geschafft, ja. Von meiner Goldscheine aus. Stimmt das Weißbrot in. Und diesen Öl Balsamico. Link in der Beschreibung. Liebe Seife-Zuschauer, früher dachte ich immer, da oben sind Krabben, der Marco auch, aber es hat sich herausgestellt, es sind Blätter, wisst ihr auch warum? Link in der Beschreibung. Link zu dem Schlümpfen in der Beschreibung, liebe Seife-Zuschauer. Wisst ihr auch warum, weil Blätter sind auf dem Dach, Krabben nicht. Krabben sind Wasser, da ist Wasser. Aber ich glaube, das assoziiert man so. Naja, das hat es in der Schule gelernt. Was ist das, dass Krabben auf dem Dach sind? Nein, ich glaube da da Wasser ist, denkt man, oh, Rotkrabben, Assoziation. Schreibt es in die Kommentare, was ihr gedacht habt.